Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Placer G-Simulator 2013. Die Herztransplantation haben wir ja ganz erfolgreich hinbekommen. Und da würde ich sagen, mache ich nochmal... Nein, das war falsch. Ich muss kurz etwas die Töne leiser machen. Mein PC ist sehr laut eigentlich. Guck mal, was war so? Machen wir mal mein PC ein bisschen leiser. Ja, so ist okay. Ich weiß nicht, ob das in der Aufnahme dann wichtig ist oder sowas. Okay, dann fangen wir weiter mit der Kidney-Trasplantation. Nehmen wir die Kidney-Bödenchen, da gibt es den schon ins Frühstück. Schneiden wir den auf, da gibt es den schon ins Frühstück. Dann wird da Fade auf dem OP-Tisch liegen. Ich verstehe es gar nicht, wieso ihr sagt, dass das Luke oder Anakin Skywalker ist. Ich weiß nicht, wer es ist, ich habe diesen Film ja nie gesehen. Ähm, lol. Okay, Gennickbruch, zack, fertig. So, jetzt können wir das, ähm, ganz ohne Schmerzen. Können wir jetzt ihn superieren, doch einfach so ein bisschen rausreißen. Oh, das ist, nehmen wir, das sieht ärztlich aus. Bloi. Ja, hat doch schon mal ganz gut geklappt. Komm. Nein. Komm. Ach. Voll, jetzt haben wir dich aber nicht so, wie ich es wollte. Schade. Ach, ich wusste, ich wusste, ich tue ihm weh. Ja, das ist, ja, 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 das ist okay. Ich glaube, wir müssen da irgendwo durch, ja, das ist richtig. Oh, das ist, das ging ja auch von Anfang raus, Junge. Geil. Alter, was ist das denn, eine Uhr? Kann die nicht wenigstens realistisch abgehen, wenn sie schon abgehen muss? So. Da hast du, keine Ahnung, was auch immer das sagen soll. Hast du ein Band vor ihm? Hast noch einen? Verstehe ich nicht. So, wo ist es da? Komm her. Nein! Ah! So, Junge. So, jetzt in den großen Bandwurm. Hier, also, was sind denn für viele Bandwürmer, Junge? Drei Bandwürmer, oder? Drei Bandwürmer und so ein komisches Brot aus Pokémon. Was? Ach. Ihhh. Halt mal. Ihhh. Na, den muss ich auch noch abmachen. Alter. Komm. Ja, ja, ja. Ihhh. 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 So, brauchen wir nochmal das Wundermesser? Ihhh. Loi. Ja, habt ihr den Skill-Trick gesehen? Ich stelle mal den Magen ab, oder was auch immer das sein soll. Sieht aus wie ein Pinocchio-Schuh, der verkrüppelt ist. Ne, warte, Pinocchio. Das war Pumuckel. Einfach mal zwischen Patient und Denksbombs geworfen. So, komm. Ich kann mal umdrehen, ne, warte, umdrehen. Komm. Nein, ich kann hier noch nehmen. Ja. Ja, 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 ja. 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 Perfekt. Okay. Okay. Oh nein, mir fällt auf. Ich hab das Telefon neben mir liegen. Das könnt ihr noch mitteilen. Komm. Ganz sicher, dass es ab ist? Ja. Wenn nicht, reißen wir es einfach raus. Ist denn die wie... Ne, kann man den ausschalten? Schade. Komm, man, nicht dran. Komm. Ich krieg dich noch. Junge. Alter, was sagt doch. Alter. Ja, komm. Oh. Ganz sicher, ich bin mir nicht sicher, ob das... Loll. Ja. Ganz arztmäßig immer gehalten und zack. Ah, jetzt ist er. Okay, komm. Jetzt holen wir uns das scheiß Ding. Alter. Diese Links hier mal. Ich krieg irgendeinen Scheiß zugreifen, aber nicht. Die Niere. Ach, komm, was passiert, wenn wir jetzt einfach die 2-9 reinwerfen? Was probieren? Kann ich die beide gleichzeitig nehmen? Nichts, ach, du Kacke. Oh Gott, nochmal 1. Nummer 2. Ja, was will man denn doch nur mehr? Alter, wenn es wirklich so einfach sein würde, kann das echt jeder sein. Ich muss einfach nochmal einen anderen Skalpel... Ich muss einfach nochmal einen anderen Skalpel... Komm, komm, rein rein! Okay, dann fahren wir nochmal an die Niere. Zeig, komm, komm. Nicht so blöd, oder was? Alter! Ja, komm, das ist die Neuen Niere. Komm, komm. Shit. Komm, komm. Dich brauche ich. Ja. So. Nummer 1 liegt. Nummer 2 nicht. Alter. Horn. Jetzt. Ja, aber ich glaube, da brauche ich echt mal. Hammer. Komm. Komm. Jetzt bin ich doch anständig dran. Sie ist immer noch nicht ab. Alter, was ist das denn? Wie viel in Billigzeug hier. Alter. Oh, hier macht man, komm mal. Ah ja. Alter, ich hab's nicht doch gerade bewegt. Ich hab's gesehen. Hier hast du ein Stück Knochen. Alter. Alter. Hopp. Alter. Was gibt das nicht hier? Oh, komm! Oh, wenigstens die andere... Nee, oh du... Ja, komm her! Was wird drin aus, willst du, den... hässlicher Simulator, Junge? Oh, Junge, der ist so schwezig hier! Alter! Der... Der zackt richtig... Ja, genau. Komm. Hm, ich esse jetzt, Junge. Das etwas klebt an meinem Finger. Also der Löffel. Alter... Soll ich da direkt reinstechen, oder was, hier? Das geht gar nicht ab! Wo ist unsere Anti-Super-Blutspritze, Junge? Die macht... Nee, ach, geh ab! Alter! So, zack, einmal rein... Zack! Komm! So, mit dieser eine Milliliter jetzt bitte nicht auszubluten, ha? Oh, Alter! Da... Das zackt! Ah, nein! Alter! 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 Oh! Ich... Oh, oh! Ich hab's nie! Oh, die ist abendlich! Komm mal! Ich bin die Niere, die nicht raus will! So, jetzt muss ich hier... Ohne... Jetzt verärzt mit diesem Skalpel! Wann tun sie? Hier hin! Ja! Alter, mit einer 4! Geil! Ja, okay. Ja, da haben wir jetzt. Nächstes ist die Brain... Tr... 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 ...Trensplant, und dann würde ich sagen... Sehen wir uns beim Nächsten... ...Trensplant, und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten T- Vielen Dank.